Da raus! Penny! Penny! Im Sommer haben sie eine Wieskalle und dann kriegen sie voll und dann kommen wir lieber rein. Das merkt nicht gleich. Wenn ich da rein will, kriege ich was auf mich. Wieder da oben. Das muss bloß gut sein. Auf die Beine. Jetzt ... ... ... ... ... ... ... ... Dann hat sie sich auch erst mal vorgelegt. Ja, und wir haben auch schon mal drauf. Genau. 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 Die erste Zeit, wo es so ist, hat sie den Kindern heute Mittag die Tür aufgemacht. Ich denke, dass sie so schön schlägt. Ach, du weißt. Ist aber auch ein Frecher, der Kleider. Ja, der ist ja schön. Bella! Ja, der ist ja schön. Bella! Alladin, guck mal hier. Bella! Bella, guck mal hier! Der einzigste, der die Klappe zeigt, ist aber auch Belly. Belly, ne? Ah ja. Das macht doch nicht so viel. Das macht ja nicht so viel. Belly! 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 Ja, der hat den... Auch da? Es macht doch... Wahnsinnig. Kannst du die Leute, das war irgendwas gelesen? Also ich habe noch nicht viel gelesen. Aber... Da ist sicher. Ja, wie tun? Du brauchst dein Kerl. Erlacht und probiert, dass du das zum Wuchsbaum da. Nervosität umdreht. Guck mal hier! Ja, Bella! Bella! Guck mal hier! Belli auch mal zurück. Der ist ganz schön frech geworden, ne? Annalie! Annalie greift mal gerade ein. Nein! Da nicht hoch! Entschuldigung! Haust du! Ey! Bella! Bella! Zackig! Abgas! Das kann ich auch mal hier kennen! Da ist ein Problem mit! Runter! 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 Runter!